Im August zieht die rückläufige Venus alle Aufmerksamkeit auf sich. Habt ihr Schmetterlinge im Bauch, dann genießt es. Oder fühlt ihr euch eher nostalgisch, dann nehmt es als Chance, aus der Vergangenheit zu lernen. Außerdem in diesem Monat, wir haben zwei Vollmonde, wir bekommen einen neuen Marstransit und Merkur wird rückläufig. Wie sich das alles in eurem Horoskop zeigt, das und mehr erfahrt ihr in diesem Video und Podcast. Herzlich Willkommen bei Antonias Sterne, eurem Astrologie-Kanal und Podcast zu den Tendenzen im August 2023. Die Timecodes, wann die zwölf Sternzeichen anfangen, findet ihr wie immer in der Videobeschreibung bzw. im Podcast in den Shownotes und zwar unter dem Horoskope-Shop. Wenn ich euch jetzt im Urlaub erreiche, wünsche ich euch schöne und entspannte Tage. Gleich schauen wir in die Konstellationen, aber vorher habe ich noch Sommergeschenke für euch. Das erste Geschenk ist ein Sommerrabatt von 20% auf unser beliebtes Flagship-Produkt, das schriftliche Geburtshoroskop. Das solltet ihr auf jeden Fall besitzen, denn es ist die Basis für alles. Wenn ihr wisst, wo sich eure Planeten befinden und was sie für euch bedeuten, dann sind die Informationen, die ihr in meinen Horoskop-Videos bekommt, noch wertvoller für euch. Also, falls ihr das Geburtshoroskop noch nicht habt oder jemandem schenken wollt, bekommt ihr es ab sofort und bis zum 23. August mit 20% Sommerrabatt. Ist auch eine schöne Urlaubslektüre. Sichert euch jetzt euren Rabatt und der Gutscheincode ist, könnt ihr euch sicher denken, Sommer23. Mehr Infos und den Link zum Bestellen findet ihr auf der Infokarte hier und in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes. Und noch ein Geschenk habe ich für euch. Die Rabattaktion für das große Venus-Horoskop ist verlängert bis zum 31. Juli. Wenn ihr es noch nicht habt und euch informieren möchtet, welche Aspekte die Venus in den kommenden sechs Wochen für euch bildet, inklusive ihrer Rückläufigkeit, dann schlagt jetzt noch zu. Außerdem gibt es auch diesen Monat wieder ein Gewinnspiel. Und zwar verlosen wir ein schriftliches Partner-Horoskop als PDF. Darin erfahrt ihr, wie eure Planeten mit denen eures Herzensmenschen bzw. Flirtkandidaten harmonieren. Mitmachen können alle meine treuen und neuen Abonnentinnen und Abonnenten. Und mehr dazu findet ihr am Ende dieses Videos in meinem Service-Teil. Es lohnt sich auf jeden Fall, wenn ihr meinen Kanal abonniert und auch das Glöckchen für die Benachrichtigungen aktiviert, damit ihr kein Video mehr verpasst. Und hier ist die glückliche Gewinnerin aus der Verlosung im Juli, Melitta Schiermeier aus Wien. Herzlichen Glückwunsch, liebe Mel. Ich habe mich sehr über dein tolles Feedback gefreut. Bitte sende uns eine E-Mail an service-at-antonialangsdorf.com, damit wir dir deinen Gewinn zumailen können. Jetzt schauen wir in die Tendenzen für den August. Die Löwe-Saison hat begonnen und Venus und Lilith stehen ebenfalls im Löwen. Die Venus bewegt sich ab jetzt rückläufig auf die Sonne zu, um sich mit ihr im magischen Pentagramm zu verbinden. Mehr dazu erzähle ich euch im Livestream am 11. August. Die kosmische Energie des Monats bringt viel Liebeslust und Kreativität mit sich, wie auch den Wunsch, etwas über sich selbst zu erfahren und das eigene Herz zu stärken. Falls ihr euch gerade im Urlaub entspannt, wundert euch nicht, wenn ihr Lust kriegt, Sport zu treiben oder auf Erlebnistour zu gehen. Und diejenigen, die schon wieder bei der Arbeit sind, erleben wahrscheinlich eine produktive Zeit. Denn vom 26. Juli bis zum 6. August haben wir einen schwummvollen Aspekt mit Powerplanet Mars und Wohltäter Jupiter. Das stärkt die Vitalität und macht unternehmungslustig. Allerdings prüft Saturn allzu hoch fliegende Ideen und kann unsere Vorhaben auf ein realistisches Mars zurückstutzen. Das kann aber insgesamt zu guten Ergebnissen führen, die dann auch realitätstauglich sind. Gleich am 1. August haben wir den ersten Vollmond des Monats im Freundschaftszeichen Wassermann. Und der bündelt die aktiven Energien, die in der Luft liegen. Deshalb wäre mein Tipp, rund um den Vollmond etwas körperlich Aktives zu machen, zu feiern, vielleicht draußen in der Natur, mit netten Leuten und möglichst unkompliziert. Und wir sollten uns am besten vornehmen, tolerant zu bleiben, wenn vielleicht nicht alles haargenau so klappt wie geplant. Wenn wir allzu kritisch und perfektionistisch an unsere Vorhaben herangehen, kann darunter die Stimmung leiden. Vorschläge und Ideen zu euren persönlichen Vollmond-Themen erhaltet ihr gleich im Sternzeichenteil. In dieser Vollmond-Konstellation baut sich schon die nächste Spannung zu Liebesgöttin Venus und Unruhestifter Uranus auf. Das ist dann die zweite und stärkste von den drei kritischen Venus-Phasen, über die ich euch bereits informiert habe. Sie dauert etwa vom 6. bis zum 16. August und in dieser Zeit zieht die rückläufige Venus alle Aufmerksamkeit auf sich. In der Liebe können sich nun überraschende Wendungen ergeben, sowohl in die eine als auch in die andere Richtung. Man lernt plötzlich jemanden kennen oder es wird sich überraschend getrennt. Und so mancher Single ist jetzt wahrscheinlich froh und glücklich, sich aus dem ganzen Kuddelmuddel herauszuhalten. Aber vielleicht meldet sich nun auch jemand aus der Vergangenheit und bringt eure Gefühle durcheinander. Oder ihr verliebt euch neu und habt Schmetterlinge im Bauch. Dann genießt es, aber wartet noch ab, ehe ihr Hochzeitspläne macht. Habt ihr Liebeskummer? Dann solltet ihr euch entspannen und ein bisschen Me-Time gönnen. Oder werdet kreativ und produktiv. Dafür stehen die Sterne wunderbar. Es gibt aber auch noch andere Möglichkeiten, mit der Energie umzugehen. Eine junge Stierdame, die ich kenne, amüsiert sich derzeit zum Beispiel mit dem Freundschaft-Plus-Konzept. Das heißt, Freundschaft mit Erotik kombinieren. Das funktioniert für sie gerade sehr gut. In der Liebe ist es eine Zeit, um Neues auszuprobieren und sich zu amüsieren. Entweder gemeinsam mit dem festen Partner oder auch mit neuen Flirts. Aber nicht unbedingt, um tief ernste Beziehungspläne zu verfolgen. Verschiebt die lieber auf die Zeit nach dem 4. September, wenn die Venus wieder direkt läuft. Und wenn ihr ganz sicher gehen wollt, wartet am besten sogar noch bis Mitte September. Bis dahin hat auch Merkur seine anstehende Rückläufigkeit absolviert. Die geht los am 23. August. Deshalb, falls bei euch wichtige Gespräche anstehen, sei es beruflich oder privat, nutzt dazu am besten die Tage vom 7. bis 12. August. Da haben wir eine günstige Phase für positives und dennoch realistisches Denken. Das hat dann Hand und Fuß, was man da bespricht. Das ist die beste Zeit, um wichtige Vereinbarungen noch vor der Rückläufigkeit Merkurs unter Dach und Fach zu bringen. Bei finanziellen Verhandlungen müsst ihr besonders vorsichtig sein, solange die Venus rückläufig ist. Andererseits kann man ja auch nicht alles verschieben, wenn die Planeten rückläufig sind. Man muss sich dann aber mehr Zeit nehmen und alle Positionen und Argumente besonders sorgfältig abwägen und gegebenenfalls nochmal durchrechnen. Für die Aktienmärkte gilt die rückläufige Venus als besonders heikel und erst recht, wenn sie in Spannung zu Uranus steht. Mehr dazu findet ihr bei meinem Mann Ray Merriman, der ist Finanzastrologe. Ich verlinke euch seine deutsche und englischsprachige Homepage unten in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes. Am 13. August weht eine warme Nostalgie durchs Horoskop, wenn die rückläufige Venus ein Date mit der Sonne hat. Achtet mal drauf, was sich euch rund um dieses Datum zeigt, an wen ihr denkt oder wer unvermutet wieder in eurem Leben auftaucht und den Kontakt zu euch sucht. Auch Schamanin Lilith ist beteiligt an dieser Konstellation und erinnert uns daran, welche wilden inneren Kräfte wir vielleicht unterdrücken, um uns an Partner anzupassen und gut zu funktionieren. Das kann eine Gelegenheit haben, darüber nochmal zu reflektieren und zu überlegen, ob wir uns nicht vielleicht doch ganzheitlicher ausleben wollen und wer uns dabei unterstützen würde. Am Himmel ist das eine spektakuläre Konjunktion, denn sie bildet eine der fünf Spitzen im kosmischen Venus-Pentagramm. Wenn ihr darüber mehr erfahren möchtet, dann kommt am 11. August in meinen Livestream, dann schauen wir uns das genauer an. Die kosmische Venus-Uranus-Spannung gipfelt dann im Löwe-Neumond am 16. August. Hier seht ihr die Konstellation. Die Sonne und die Mondin bilden eine enge Verbindung mit Lilith und der rückläufigen Venus und diese vier befinden sich in einem knisternden und aufregenden Energiefeld mit Uranus. Das könnte ein Höhepunkt in unseren Love-Stories und Beziehungsdramen werden. Gleichzeitig steht das ganze Venus-Team günstig zu heiler Chiron. Ihr erinnert euch, dieses besondere Energiefeld der Heilung hat sich schon seit Juni aufgebaut und wird nun erneut aktiviert. Mit der rückläufigen Venus geht es darum, aus Beziehungsfehlern der Vergangenheit zu lernen. Man kehrt zurück, gedanklich oder vielleicht sogar tatsächlich, an einen Punkt in einer Beziehung, an dem man schon mal war. Oder man trifft jemanden wieder, mit dem man schon mal zusammen war. Verbunden mit der Chance, etwas über die eigenen Beziehungsmuster zu erkennen und vielleicht sogar das Beziehungskarma zu heilen. Nicht zuletzt kann es dabei auch um die Beziehung zu uns selbst gehen. Und wir bekommen vielleicht wichtige Erkenntnisse, die uns dabei helfen, mehr in die Selbstliebe und Selbstfürsorge zu finden. Mehr zu diesem Thema findet ihr in meinem Beitrag Liebe und Karma hier auf YouTube oder als Podcast. Die Löwe-Konstellationen wecken auch unsere Kreativität und stärken das Herz. Und so könnt ihr diese Kräfte vielleicht auch in persönliche Herzensprojekte lenken. Das sind auch alles tolle Themen für einen Neumond-Ritual oder eine Neumond-Meditation. Wenn ihr Lilith liebt und euch gerne mit den Kräften der wilden Göttin beschäftigt, könnt ihr nun ihre besonderen schamanischen Kräfte zu Neumond aufrufen und euch intensiv mit ihr verbinden. Mehr Ideen für euer persönliches Neumond-Ritual gibt es gleich im Sternzeichen-Teil. Eine deutliche Änderung der kosmischen Energie spüren wir wahrscheinlich um den 23. August herum. An diesem Tag um 11.01 Uhr am Vormittag geht die Sonne ins Zeichen der sanften Jungfrau und die Jungfrausaison beginnt. Wir spüren dann innerlich mehr Klarheit und sind wieder mehr fähig, uns zu konzentrieren. Man sagt ja nicht umsonst, dass man für gewisse Dinge einen kühlen Kopf braucht. Das ist die Kraft der Jungfrau, die uns daran erinnert, die Gaben des heißen Sommers nun allmählich zu ernten und diese Ressourcen sinnvoll zu bewahren und aufzuteilen. Ich bin ein großer Fan der umsichtigen und klugen Jungfrauenergie. Die können wir auch gut gebrauchen, denn für den Rest des Monats gibt es noch einige aufregende Entwicklungen. Mit dem Eintritt der Sonne in die Jungfrau am 23. August wird Merkur ebenfalls in der Jungfrau rückläufig. Dadurch hat der Denkplanet zwischen dem 19. und 27. August eine besondere Kraft. Mag sein, dass sich vielleicht mancher Plan ändert oder die üblichen Probleme mit Verzögerungen und Missverständnissen auftreten, aber gleichzeitig sind wir rund um Merkurs Richtungswechsel meistens besonders scharfsinnig und haben viele Ideen, wie wir Probleme lösen können. Ich empfehle euch in diesen Tagen, euer Notizbuch oder Smartphone bereitzuhalten, um eure Einfälle zu notieren. Vielleicht wird uns dann auch in der Liebe so manches bewusst, was wir vorher verdrängt oder in der Hitze des Augenblicks nicht beachtet haben. Das vor allem in den Tagen rund um den 27. August. Da haben wir einen Ernüchterungsaspekt mit Saturn, der sich bis zum Monatsende fortsetzt, aber gleichzeitig auch eine spirituelle Kraft hat. Da komme ich aber gleich nochmal zu. Schauen wir uns zunächst das andere wichtige Event an vom 27. August. Dann beginnt nämlich der neue Marstransit. Der Kampfplanet geht ins Künstlerzeichen Waage und muss sich dann für die nächsten sechs Wochen mit diplomatischen Fragen herumschlagen. Statt drauf loszukämpfen, darf Krieger Mars nun ausgewogen und stilvoll vorgehen. Da werden Konflikte nicht unbedingt offen ausgetragen, sondern es geht um die richtige Taktik. Tatsächlich stärkt Mars in der Waage denjenigen den Rücken, die kluge Strategien schmieden und sich künstlerisch betätigen. Und in Beziehungen wird möglicherweise darüber diskutiert, wenn nicht sogar gestritten, wie denn eigentlich die gemeinsamen Ziele und Werte aussehen und wie man sich eine Partnerschaft vorstellt, in der beide zu ihrem Recht kommen. Gleichzeitig fördert dieser Mars auch galante Verehrer und ihr werdet sehen, die Männer haben plötzlich mehr Lust, etwas für ihr gutes Aussehen zu tun. Das wird dann noch spannend, wenn der Mars auf den absteigenden Mondknoten trifft. Das ist aber erst im September der Fall und da gehe ich dann noch drauf ein. Zuvor wird aber der August noch mal ziemlich lebhaft, denn der nervöse Uranus wird am 29. rückläufig. Dadurch entfaltet er vom 25. August bis 5. September eine besonders starke Wirkung zwischen Chaos und Genialität. Dabei wirbelt er möglicherweise die Finanzmärkte noch mal auf und darüber könnt ihr euch, wie schon erwähnt, bei Ray Merriman informieren. Der Monat klingt aus mit einem zweiten Vollmond am 31. August im Zeichen der sanften Fische. Dieser Vollmond aktiviert Saturn. Wie vorhin schon angesprochen, ist das ein Aspekt der Ernüchterung, der aber gleichzeitig auch eine spirituelle Kraft hat. Und zwar im Sinne einer Zen-Meditation, in der es darum geht, innerlich in die Stille zu kommen und das Brausen der aufgewühlten Emotionen zu beruhigen. Vielleicht gelingt es uns dann, ein bisschen runterzukommen und Abstand von den wildesten Gefühlen und Motivationen zu nehmen, die doch sehr ego-getrieben waren mit all der Löwe-Kraft in den Wochen zuvor. Allerdings bleiben Venus und Lilith ja noch bis Oktober im Löwen. Das heißt, die Emotionen können dann auch wieder hochköcheln. Aber wir können diesen Vollmond nutzen, um schon mal auf den Sommer zurückzublicken und was sich für uns ereignet hat, was wir lernen durften und welche Liebesthemen uns beschäftigt haben und immer noch beschäftigen. Wie sich dieser Vollmond für die einzelnen Sternzeichen zeigt, darauf gehe ich gleich ein. Und damit sind wir jetzt auch beim Sternzeichenteil angekommen. Gleich geht's los und vorher, wie immer der Tipp, schaut euch beides an, euer Sternzeichen und auch das Zeichen eures Aszendenten. Spürt da jeweils mal rein, mit welchen Informationen ihr in Resonanz seid. Jetzt kann's losgehen und wir beginnen mit den Wiedergeborenen und Wiederaszendenten. Viel Freude mit euren Sternzeichen-Infos. Hallo, ihr fabelhaften Wiedergeborenen und Wiederaszendenten. Ein aktiver August wartet auf euch. Ob ihr nun mit euren Herzensprojekten beschäftigt seid oder wieder in der Arbeit, wenn ihr euch voll einsetzt, könnt ihr viel erreichen. Nur auf euer Geld müsst ihr weiterhin aufpassen. Bevor wir uns das näher anschauen, kommt hier meine Produktempfehlung mit Rabattgeschenk. Habt ihr eigentlich alle schon euer schriftliches Geburtshoroskop als PDF vorliegen? Das ist nämlich die Basis für alles. Wenn ihr wisst, wo sich eure Planeten befinden und was sie für euch bedeuten, dann sind die Informationen, die ihr in meinen Horoskop-Videos bekommt, noch wertvoller für euch. Falls ihr unser beliebtes Flagship-Produkt noch nicht habt oder jemandem schenken wollt, bekommt ihr es ab sofort und bis zum 23. August mit 20% Sommerrabatt. Ist auch eine schöne Urlaubslektüre. Sichert euch jetzt euren Rabatt. Und der Gutscheincode ist, könnt ihr euch bestimmt denken, SOMMER23. Mehr Infos und den Link zum Bestellen findet ihr auf der Infokarte hier und in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes. Ihr startet schwungvoll in den August, denn euer Herrscher Mars erhält Auftrieb von Glücksplanet Jupiter. Wenn ihr beruflich im Einsatz seid, kann sich das auch finanziell für euch auszahlen. Und falls ihr gerade einen Job sucht, ist das eine gute Zeit, denn ihr könnt euch gegen die Konkurrenz behaupten. Wenn ihr in der dritten Dekade Geburtstag habt, solltet ihr allerdings mit dem Geld vorsichtig sein. Bei euch ist den ganzen Monat über die Gefahr, dass ihr spontan zu viel ausgebt oder in die falschen Sachen investiert. Der Vollmond am 1. August aktiviert bei euch das Freundschaftsthema und auch in der Liebe kann es hoch hergehen. Prickelt es vielleicht mit jemandem, mit dem ihr bisher nur befreundet wart? Das kann richtig spannend werden. Aber bedenkt dabei, dass die Venus rückläufig ist. Jemand könnte plötzlich einen Rückzieher machen. Aber es kann gut sein, dass die Person im September wieder zu euch findet. Generell ist es ein guter Monat, um euch mit Herzensprojekten zu beschäftigen. Und das kann sogar eine heilsame Wirkung haben. Das Gleiche gilt, wenn ihr gern körperlich aktiv seid. Gebt euch eurem sportlichen Hobby hin. Das kann euch nur guttun. Wenn ihr Single und auf der Suche seid, könnt ihr auch durch einen neuen Flirt tief berührt werden. Auch wenn es in der Liebe kompliziert sein kann, das Potenzial, dass ihr etwas mit der Kraft der Liebe heilen könnt, ist da. Der Neumond im Löwen am 16. August ist ein Höhepunkt dieser Entwicklungen und kann ziemlich aufregend werden. Das kann jedoch in beide Richtungen gehen. Ein neuer Flirt beißt endlich an oder jemand zieht sich ganz plötzlich zurück. Oder jemand aus der Vergangenheit taucht ebenso schnell wieder ab, wie er aufgetaucht war. Deshalb der Tipp, genießt es und amüsiert euch, aber hängt euch nicht zu tief hinein. Erst ab September könnt ihr wirklich beurteilen, ob eine Sache mehr Substanz hat. Wenn ihr in einer festen Beziehung seid, regen die Sterne euch an, gemeinsam mit eurem Schatz etwas Neues auszuprobieren oder ein Abenteuer zu bestehen, an das ihr euch nachher noch lange erinnert. Wunderbar ist der Neumond für eine Meditation, um eure Kreativität in Fluss zu bringen. Denkt über eure Herzensprojekte nach. Ihr könnt die Aufmerksamkeit aber auch auf Gesundheitsthemen richten, denn ihr empfangt starke Energien, die eure Vitalität anregen. Vielleicht habt ihr auch geniale Ideen, wie ihr euren Alltag besser und gesünder gestalten könnt. Die solltet ihr dann auf jeden Fall schriftlich festhalten. Seid achtsam in der Woche vom 20. bis 27. August. Da solltet ihr es vor allem in sportlicher Hinsicht etwas langsamer angehen lassen. Und im Job müsst ihr dann darauf achten, dass man nicht hinter eurem Rücken tuschelt oder Entscheidungen trifft, ohne euch Bescheid zu sagen. Derweil geht die Sonne am 23. August in die Jungfrau und der Merkur wird rückläufig und das alles bei euch im Berufshaus. Dann gilt für die nächsten drei Wochen sorgfältig mit allen Vereinbarungen sein, das Kleingedruckte zweimal lesen und sich gegebenenfalls schriftlich absichern, was besprochen wurde. Gleichzeitig habt ihr zündende Ideen, auch in finanzieller Hinsicht. Hier kann euch der zweite Vollmond des Monats in den Fischen am 31. August weitere Inspirationen schenken. Schreibt erstmal alles auf, Merkur ist ja noch rückläufig. Die Zeit ab Mitte September ist dann günstig, um eure Konzepte zu präsentieren. Vorher gibt es aber im August noch ein ganz wichtiges Datum. Am 27. wechselt euer Herrscher Mars ins Zeichen Waage in euer Partnerhaus. Wahrscheinlich gibt es in den nächsten sechs Wochen öfter mal heiße Diskussionen über eure gemeinsamen Ziele. Aber bitte nicht deswegen streiten. Auch prickelnde Flirts sind möglich, gerne nach dem Motto, was sich neckt, das liebt sich. Das waren eure Tendenzen im August. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr fabelhaften Stiergeborenen und Stier-Ascendenten. Glücksplanet Jupiter ist jetzt in der Mitte eures Zeichens angekommen. Das heißt, ihr alle profitiert von seinen wohltätigen Energien. Zusätzlich bekommt ihr Rückenwind von Energieplanet Mars. Auch wenn es in euren privaten Beziehungen manchmal chaotisch zugehen kann. Insgesamt seid ihr stabil und viele Dinge laufen zu eurer Zufriedenheit. Das schauen wir uns gleich näher an. Vorher habe ich noch einen kosmischen Tipp für euch. Habt ihr eigentlich alle schon euer schriftliches Geburtshoroskop als PDF vorliegen? Das ist nämlich die Basis für alles. Wenn ihr wisst, wo sich eure Planeten befinden und was sie für euch bedeuten, dann sind die Informationen, die ihr in meinen Horoskop-Videos bekommt, noch wertvoller für euch. Falls ihr unser beliebtes Flagship-Produkt noch nicht habt oder jemandem schenken wollt, bekommt ihr es ab sofort und bis zum 23. August mit 20% Sommerrabatt. Ist auch eine schöne Urlaubslektüre. Sichert euch jetzt euren Rabatt. Und der Gutscheincode ist, könnt ihr euch bestimmt denken, Sommer23. Mehr Infos und den Link zum Bestellen findet ihr auf der Infokarte hier und in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes. Der August startet vielversprechend. Nehmt euch ruhig was Anstrengendes vor. Ihr habt zurzeit fast schon Superkräfte, sowohl mental als auch körperlich. Diese gute Phase hält an bis zur Monatsmitte. Das solltet ihr ausnutzen, um eure privaten oder beruflichen Projekte voranzutreiben. Auch eure Lust auf Liebe und Erotik ist geweckt. Ob nun mit einem neuen Flirt oder eurem Schatz oder vielleicht sogar einem Freund. Freut euch auf sinnliche Erlebnisse. Allerdings kann es in eurem Liebesleben auch kompliziert werden. Und diese Tendenz wird sowohl vom Vollmond am 1. August im Wassermann als auch durch den Neumond im Löwen am 16. August verstärkt. So kann eine verflossene Liebe wieder auftauchen und vielleicht entdeckt ihr, dass ihr noch Gefühle füreinander habt. Oder eine neue Affäre verträgt sich nicht mit eurem Familienleben und bald darauf macht jemand einen Rückzieher. Möglicherweise kommt die Aufregung durch Liebesangelegenheiten einer Tochter oder Mitbewohnerin in euer Leben. Gleichzeitig seid ihr selbstbewusst und ungewöhnlich spontan, sodass ihr gegebenenfalls aufpassen müsst, die Gefühle anderer nicht zu verletzen. Im Zweifelsfalle beherzigt die 90-Tage-Regel und wartet bei neuen Liebessituationen drei Monate ab, ehe ihr deswegen euer Leben ändert. Falls ihr euch wundert, warum alle um euch herum so verrückt spielen, dann kann das auch was mit euch selbst, eurem Charisma und euren spontanen Aktionen zu tun haben. Beruflich könnt ihr sehr erfolgreich sein, besonders wenn ihr das Glück habt, kreativ und selbstbestimmt arbeiten zu können. Dann kann euch im Grunde niemand stoppen. Der Vollmond am 1. August könnte euch jedoch Spannungen bewusst machen, wenn es darum geht, wie ihr eure Zeit zwischen eurer Familie und euren beruflichen Wünschen aufteilt. Und der Neumond am 16. August greift das Thema dann nochmal auf. Dann geht es vor allem darum, die Wünsche und Bedürfnisse von Familienmitgliedern mit euren persönlichen Bedürfnissen und Projekten in Einklang zu bringen. Und das ist nicht immer einfach. Möglich auch, dass euer eigener Drang nach mehr Freiraum und Gestaltungsmöglichkeiten zu Hause mit der Privatsphäre von Mitbewohnerinnen oder Familienmitgliedern kollidiert. Immer wieder ist das Thema, wie kann man sich gegenseitig respektieren und genug Freiraum lassen, sodass jeder zu seinem Recht kommt. Für euch bieten sich körperliche Aktivitäten, Sport und die Arbeit mit Hobbys und Herzensprojekten an, um in eure Mitte zu kommen. Vielleicht fällt euch auch ein besonders kreatives Neumondritual ein. Die Sterne stehen sehr gut, falls ihr mit schamanischen Methoden arbeiten und die Kräfte der Natur mit einbinden wollt. Dann könnt ihr vielleicht auch Lilith beruhigen, die die ganze Zeit in Spannung zum Stierzeichen steht. Etwa vom 20. bis 27. August könnte auch ein Freundschaftsthema für Komplikationen sorgen, vor allem wenn Unausgesprochenes im Raum steht oder wenn jemand unehrlich war. Das könnte in der Zeit rauskommen, aber verbunden mit der Chance, hier eine offene und ehrliche Aussprache herbeizuführen. Am 23. September geht die Sonne in die Jungfrau und steht dann vier Wochen super günstig für eure Vitalkräfte und alle gesundheitsfördernden Maßnahmen. Gleichzeitig wird Merkur rückläufig, doch er bildet fabelhafte Aspekte und schenkt euch brillante Ideen und kreative Kräfte. Mental seid ihr jetzt auf der Höhe, vor allem wenn ihr mit Worten, Sprache, Ideen und Konzepten arbeitet. Gegebenenfalls können sich hier während Merkurs Rückläufigkeit bis Mitte September noch Dinge ändern und vielleicht fehlen euch noch Informationen, aber es lohnt sich, eure Ideen ernst zu nehmen und aufzuschreiben. Am 31. August haben wir noch einen Vollmond und zwar in den Fischen. Er beleuchtet alles, was euch an kreativen Ideen so kommt und vielleicht erkennt ihr dann schon, welche Konzepte sich als vielversprechend erweisen. Das könnt ihr natürlich mit einem entsprechenden Vollmondritual noch verstärken. Das waren eure Tendenzen im August. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr zauberhaften Zwillingegeborenen und Zwillinge-Ascendenten. Falls ihr gerade fleißig seid und nicht faul in der Sonne liegen könnt, dann raten euch die Sterne, zumindest Ende des Monats ein paar Tage mit eurer Familie oder Freunden auszuspannen, denn euer Herrscher Merkur wird mal wieder rückläufig. Wie steht es eigentlich um den Merkur in eurem Geburtshoroskop? Falls ihr euch dafür interessiert, habe ich einen Tipp für euch. Habt ihr eigentlich alle schon euer schriftliches Geburtshoroskop als PDF vorliegen? Das ist nämlich die Basis für alles. Wenn ihr wisst, wo sich eure Planeten befinden und was sie für euch bedeuten, dann sind die Informationen, die ihr in meinen Horoskop-Videos bekommt, noch wertvoller für euch. Falls ihr unser beliebtes Flagship-Produkt noch nicht habt oder jemandem schenken wollt, bekommt ihr es ab sofort und bis zum 23. August mit 20% Sommerrabatt. Ist auch eine schöne Urlaubslektüre. Sichert euch jetzt euren Rabatt. Und der Gutscheincode ist, könnt ihr euch bestimmt denken, Sommer23. Mehr Infos und den Link zum Bestellen findet ihr auf der Infokarte hier und in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes. Der August beginnt gleich mit einem intensiven Vollmond am 1. im Zeichen Wassermann, was für euch unterstützend und kräftigend wirkt. Nutzt den Vollmond, um in eure Mitte zu kommen. Vielleicht seid ihr ja gerade im Sommerurlaub und könnt das Mondlicht über dem Meer bewundern und in euch aufnehmen. Das wäre super hilfreich, denn der August kann über längere Phasen Herausforderungen in euren Familien und Beziehungen mit sich bringen. Auf Reisen kann es Knatsch mit dem Nachwuchs geben, weil jeder andere Vorstellungen von den Prioritäten hat und kaum, dass ihr zurück im Büro seid, biegt sich der Schreibtisch unter den Aufgaben. Besonders in der Zeit zwischen dem 2. und dem 7. August sowie zwischen dem 19. August und dem 6. September kann der Haussegen schiefhängen. Eure privaten Verantwortungen sind sehr hoch und dann kommt auch noch der Chef um die Ecke und verkündet eine kürzere Deadline in einem laufenden Projekt oder überträgt euch zwei Urlaubsvertretungen auf einmal. Ihr seid auch grundsätzlich schneller genervt und gereizt als sonst, denn egal ob in eurem Heim oder im Job, jeder will euch eine To-Do-Liste um den Hals hängen. Versucht, die 90-Sekunden-Regel zu beherzigen oder probiert mal Lach-Yoga aus. 16 Sekunden im Bad, den Spiegel anlächeln und lachen und die Welt ist schon wieder eine ganz andere. Nostalgie ist ein weiteres Thema, was eure Gedanken in diesem Monat über begleiten wird. Liebesgöttin Venus ist ja in ihrer Rückläufigkeit und am 13. August wird die Verbindung zur Löwesonne exakt. Denkt doch mal nach, was waren denn für Themen bei euch im Sommer 2015 präsent? Könnt ihr euch daran noch erinnern? Das könnte sich jetzt wiederholen. Die zweite Monatshälfte über baut sich ein Spannungsfeld zwischen euren familiären Verpflichtungen und euren beruflichen Wünschen auf. Vielleicht versteht eure Familie an der einen oder anderen Stelle nicht, dass ihr beruflich mehr eurem Herzen folgen wollt. Dann kann es auch um finanzielle Themen gehen, etwa weil der neue Job euch zwar super glücklich machen würde, aber weniger Geld dabei herauskommt. Sprecht miteinander und versucht gemeinsam Lösungen zu finden. Das gelingt euch. Der 16. August bringt uns den Neumond im feurigen Zeichen Löwe. Für euch ist das eine super Gelegenheit, euch mit der Sprache der Liebe und vor allem der Selbstliebe zu beschäftigen. Der mystische Pluto verbindet sich unterstützend mit dem Neumond und ihr könntet in einer Meditation positive Affirmationen sprechen, egal ob laut oder nur in Gedanken. Redet positiv und liebevoll mit euch selbst. Das wird eurem Selbstwert gut tun. Am 23. August wechselt die Sonne in das sanfte Zeichen Jungfrau und am gleichen Tag wird euer Herrscher Merkur für die nächsten drei Wochen rückläufig. Das ist ein bisschen herausfordernd, wenn es um Absprachen und Termine und Verträge geht. Fragt lieber dreimal nach, ob alle das Gleiche meinen, gerade mit eurer Familie und mit euren Kollegen. Schneller als sonst hören die anderen nur das, was sie hören wollen oder träumen vor sich hin. Frust lässt sich vermeiden, indem ihr nochmal nachfragt und euch Termine schriftlich bestätigen lasst, gerade im Job. Zum Monatsende haben wir noch zwei Highlights, die euch kosmisch nach dem stressigen Monat wieder aufladen. Zum einen wechselt Kämpfer Mars in das Zeichen Waage und das ist ein guter Aspekt für euch und der bringt euch in den kommenden sechs Wochen einen Extraschub an Vitalität, auch für eure mentalen Kräfte. Und am 31. August haben wir den Vollmond in den sensiblen Fischen, gemeinsam mit dem Meisterschaftsplanet Saturn. Für euch könnte sich jetzt eine gute Gelegenheit ergeben, beruflich mehr Verantwortung zu übernehmen und eure Herzensprojekte zu realisieren. Aber wartet mit festen Zusagen, wenn möglich, noch bis Mitte September. Das waren eure Tendenzen im August. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr zauberhaften Krebsgeborenen und Krebsaszendenten. Wie geht es euch mit der intensiven, heißen Sommerenergie? Zwei Vollmonde bietet euch der August und einen fantastischen Neumond für Reichtum und Fülle. Es wird also für euch mondhafte Wesen ein inspirierender Monat. Wisst ihr eigentlich, in welchem Sternzeichen euer Geburtsmond steht? Für alle, die tiefer in ihr eigenes Horoskop eintauchen möchten, habe ich hier noch einen Tipp. Habt ihr eigentlich alle schon euer schriftliches Geburtshoroskop als PDF vorliegen? Das ist nämlich die Basis für alles. Wenn ihr wisst, wo sich eure Planeten befinden und was sie für euch bedeuten, dann sind die Informationen, die ihr in meinen Horoskop-Videos bekommt, noch wertvoller für euch. Falls ihr unser beliebtes Flagship-Produkt noch nicht habt oder jemandem schenken wollt, bekommt ihr es ab sofort und bis zum 23. August mit 20% Sommerrabatt. Ist auch eine schöne Urlaubslektüre. Sichert euch jetzt euren Rabatt. Und der Gutscheincode ist, könnt ihr euch bestimmt denken, SOMMER23. Mehr Infos und den Link zum Bestellen findet ihr auf der Infokarte hier und in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes. Der Monat beginnt mit dem Vollmond im originellen Zeichen Wassermann. Liebesgöttin Venus ist nun rückläufig und fragt euch vielleicht zu diesem Vollmond, ob es etwas oder jemanden gibt, den ihr loslassen solltet. Oft halten wir an alter Liebe fest, indem wir zum Beispiel einer Person ein Verhalten nicht vergeben, weil sie uns gekränkt hat. Wenn wir uns und anderen vergeben können, dann öffnen wir unsere Herzen für neue Impulse und finden Frieden. Nicht nur der Vollmond am 1. August, sondern der ganze Monat ist eine super Gelegenheit für euch, alles loszulassen, was eurem Selbstwert nicht so gut tut. Besonders intensiv wird die Energie der Vergangenheit und der Nostalgie zum 13. August. Hier hat die Sonne dann ein Date mit der Venus und formt eine der fünf Spitzen im Venus-Pentagramm. Vielleicht überkommt euch hier die Sehnsucht nach Menschen oder Erinnerungen, die nicht mehr Teil eures Lebens sind und ihr greift spontan zum Hörer und ruft eine alte Freundin an. Der Kosmos schickt euch nicht grundlos Sehnsucht nach Menschen von früher. Falls ihr den Impuls habt, hier nochmal was zu klären, folgt ihm. Vielleicht habt ihr aber auch noch Gefühle für jemanden und traut euch ein bisschen mehr als sonst aus eurem Panzer raus. Nur zu, den Mutigen gehört die Welt, vor allem in der Liebe. Am 16. August haben wir dann den Neumond in eurem Nachbarzeichen Löwe und der aktiviert bei euch das zweite Haus des Geldes, des persönlichen Besitzes und des Selbstwertgefühls. Das ist eine wunderbare Gelegenheit, um positive Affirmationen für euren Selbstwert zu verfassen und Fülle in euer Leben zu ziehen. Auch ein Ritual, das sich mit Geld und Reichtum beschäftigt, dürfte an diesem Neumond besonders wirkungsvoll sein. In einer Meditation könnt ihr zum Beispiel der Frage nachgehen, ob ihr euch innerlich reich und wertvoll fühlt und wie sich das in eurem äußeren Leben widerspiegeln darf. Der 23. August bringt uns dann nicht nur den Wechsel der Sonne in das sensible Zeichen Jungfrau, sondern auch Kommunikationsplanet Merkur wird rückläufig. Für die nächsten drei Wochen könnte es Schwierigkeiten oder unerwartete Herausforderungen in Absprachen oder Terminvereinbarungen geben. Falls ihr gerade dabei seid, etwas Neues zu lernen, wie eine neue Sprache, dann könnte euch es jetzt schwerer als sonst fallen, das Gelernte zu behalten und zu verinnerlichen. Merkur rät uns bei den rückläufigen Phasen immer dazu, einen Gang zurückzuschalten und die Dinge auch mal aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Also probiert doch mal andere Arten des Lernens und Kommunizierens aus. Zum Monatsende wechselt unser innerer Kämpfer Mars in das diplomatische Zeichen Waage und das macht euch kämpferisch, wenn es um eure Familie und Heimat geht. Krebsgeborene und Krebsaszendenten fahren ja vor allem ihre Scheren aus, wenn jemand ihren Nachwuchs angreift. Es kann aber auch zu mehr Stress in euren Familien kommen. Lasst euch nicht auf die Palme bringen und sprecht Termine mit allen Hausbewohnern lieber einmal zu viel als zu wenig ab, um dadurch möglichem Streit gleich die Grundlage zu entziehen. Der Monat verabschiedet sich mit einem zweiten Vollmond im Zeichen der spirituellen Fische am 31. August. Die Energie ist super günstig für euch und öffnet eure Kanäle für alle Themen, die außerhalb des Alltags liegen. Wenn ihr Impulse habt, euch mit neuen Interessensgebieten zu beschäftigen oder eine spontane Reiseeingebung bekommt, folgt dem Impuls. Weil Saturn auch mitmischt, fasst ihr vielleicht konkrete Pläne und schreibt euch gleich für eine Ausbildung ein. Gut so, denn Ideen in dieser Richtung habt ihr wahrscheinlich schon seit ein paar Wochen und jetzt bekommt ihr den nötigen Schub, um Träumen, Taten folgen zu lassen. Das waren eure Tendenzen für den August. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr feurigen Löwegeborenen und Löwe-Ascendenten und ganz herzlichen Glückwunsch, wenn ihr im August Geburtstag habt. Freut euch auf euren ganz persönlichen Superneumond im Löwen und eine außergewöhnliche Liebeskonstellation. Der August kann euch magische Momente schenken. Gleich schauen wir, wie eure Sterne in eurem Geburtstagsmonat stehen. Vorher habe ich noch einen Tipp für euch und das könnt ihr euch auch zum Geburtstag wünschen. Habt ihr eigentlich alle schon euer schriftliches Geburtshoroskop als PDF vorliegen? Das ist nämlich die Basis für alles. Wenn ihr wisst, wo sich eure Planeten befinden und was sie für euch bedeuten, dann sind die Informationen, die ihr in meinen Horoskop-Videos bekommt, noch wertvoller für euch. Falls ihr unser beliebtes Flagship-Produkt noch nicht habt oder jemandem schenken wollt, bekommt ihr es ab sofort und bis zum 23. August mit 20% Sommerrabatt. Ist auch eine schöne Urlaubslektüre. Sichert euch jetzt euren Rabatt. Und der Gutscheincode ist, könnt ihr euch bestimmt denken, Sommer23. Mehr Infos und den Link zum Bestellen findet ihr auf der Infokarte hier und in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes. Gleich am 1. August haben wir den Vollmond in eurem Partnerhaus Wassermann. Und das lenkt den Fokus auf eure Beziehungen und Seelenverwandtschaften. Vielleicht habt ihr auch schon eine Veränderung der Energie gemerkt. Die Venus ist ja jetzt rückläufig und könnte euch sehnsuchtsvoll oder nostalgisch machen. Träumt ihr vielleicht von einer alten Flamme oder habt ihr einen Song im Radio gehört, der euch an eine alte Liebe erinnert? Zum Vollmond verbindet sich Liebesgöttin Venus dann auch ganz eng mit Schamanin Lilith. Das macht euch vielleicht ein bisschen eigensinnig oder besonders freiheitsliebend zu Beginn des neuen Monats. Ihr könntet in der Stimmung sein zu sagen, entweder wie ich will oder gar nicht. Trefft keine kurzfristigen Entscheidungen, sondern nehmt euch Zeit. Für alle Singles ist es der ideale Vollmond, um den Wunsch nach einem Seelenpartner ans Universum zu senden. Gut möglich, dass sich da gleich mehrere Kandidaten aus der Vergangenheit zurückmelden. Am 13. August hat die Sonne ein Date mit der rückläufigen Venus. Vielleicht taucht unerwartet eine alte Flamme zu eurer Geburtstagsfeier auf und es stellt sich heraus, dass die Person noch Gefühle für euch hat. Denn wer einmal die Könige und Königinnen des Dschungels geliebt hat oder von ihnen geliebt wurde, der wird das nie vergessen. Vielleicht seid ihr auch überrascht und erfreut, weil sich eine alte Freundin meldet, die ihr lange nicht gesprochen habt. Könnt ihr euch noch an den Sommer 2015 erinnern? Venus war damals das letzte Mal in eurem Zeichen rückläufig. Vielleicht wiederholen sich hier Themen, die sich vor acht Jahren schon mal gezeigt haben. Schreibt mir das doch mal in die Kommis. Der Neumond im Löwen am 16. August ist der wichtigste Neumond des ganzen Jahres für euch. Denn er symbolisiert ja nicht nur einen neuen Mondzyklus, sondern auch euer neues Lebensjahr. Verbindet euch in einer Neumond-Meditation mit eurem vergangenen Ich und eurem Zukunfts-Ich. Dankt euch selbst für die Version, die ihr geworden seid und lasst die Vergangenheit liebevoll los. Ihr liebt es ja besonders, euren Geburtstag zu feiern. Vielleicht zelebriert ihr dieses Jahr all die wundervollen Momente, die ihr bereits erleben durftet. Und wenn ihr euch innerlich voller Freude auf den Weg ausrichtet, der vor euch liegt, kann gar nichts schief gehen. Am 23. August um 11.01 Uhr verlässt die Sonne euer Zeichen und wechselt in die Jungfrau. Und der Sommer geht in seine letzte Phase. Für euch bedeutet das ein wohltuendes Durchatmen nach den heißen Sommernächten. Und es wird vielleicht wieder Zeit, ein bisschen mehr auf den Boden der Realität anzukommen. Gerade in finanziellen Bereichen ist das unter Umständen auch möglich. Neigt ihr doch dazu, euren Geburtstag mit vielen Einladungen und einem sehr lockeren Geldbeutel zu feiern. Euer Konto freut sich sicherlich, dass die große Partyzeit jetzt erstmal vorüber ist. Am gleichen Tag wird auch Kommunikationsplanet Merkur für die nächsten drei Wochen rückläufig und wird euch vielleicht auch ein bisschen Reue über eure letzten Ausschweifungen bringen. Zum Ende des Monats wechselt dann Kampfplanet Mars in die charmante Waage. Das ist am 27. August. Dort stärkt er für die nächsten sechs Wochen eure Mentalkräfte. Und ihr könnt euch auf charmante Weise durchsetzen. Aber achtet darauf, nicht zu viel Süßholz zu raspeln, gerade wenn es um Kollegen und Kunden geht. Das könnte falsch verstanden werden. Am 31. August haben wir den zweiten Vollmond des Monats im spirituellen Zeichen Fische. Das aktiviert bei euch den Wunsch nach Verbindlichkeit und Tiefe. Weil Saturn zum Vollmond mitmischt, kann es gut sein, dass eine neue Verpflichtung, sei es finanziell oder in eurer festen Partnerschaft, euch mehr einschränkt oder herausfordert, als ihr gedacht hättet. Sprecht euch auf jeden Fall gut mit allen Beteiligten ab und trefft erst Mitte September verbindliche Entscheidungen für langfristige Themen. Das waren eure Tendenzen für den August. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr wundervollen Jungfraugeborenen und Jungfrau-Ascendenten und ganz herzlichen Glückwunsch, wenn ihr im August Geburtstag habt. Kosmische Unterstützung bekommt ihr bei allen aktiven Vorhaben von Glücksplanet Jupiter und auch Kämpfer Mars, der euch viel Energie schenkt. Beide motivieren euch dazu, eure Komfortzone zu verlassen und neue Dinge auszuprobieren. Und falls ihr wissen möchtet, wo eure persönlichen Planeten im Geburtshoroskop stehen, könntet ihr euch das doch zum Geburtstag wünschen. Habt ihr eigentlich alle schon euer schriftliches Geburtshoroskop als PDF vorliegen? Das ist nämlich die Basis für alles. Wenn ihr wisst, wo sich eure Planeten befinden und was sie für euch bedeuten, dann sind die Informationen, die ihr in meinen Horoskop-Videos bekommt, noch wertvoller für euch. Falls ihr unser beliebtes Flagship-Produkt noch nicht habt oder jemandem schenken wollt, bekommt ihr es ab sofort und bis zum 23. August mit 20% Sommerrabatt. Ist auch eine schöne Urlaubslektüre. Sichert euch jetzt euren Rabatt. Und der Gutscheincode ist, könnt ihr euch bestimmt denken, SOMMER23. Mehr Infos und den Link zum Bestellen findet ihr auf der Infokarte hier und in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes. Der August beginnt mit dem Vollmond im Zeichen Wassermann und richtet damit das Scheinwerferlicht auf euren Alltag und eure Gesundheit. Ihr seid super motiviert, euer Fitnessprogramm durchzuziehen und redet auch gern darüber. Falls ihr im Urlaub seid, steht euch der Sinn auf jeden Fall nicht danach, nur entspannt am Strand zu liegen. Sport an der frischen Luft und viel Bewegung sind jetzt außerdem ein guter Ausgleich zu der ein oder anderen unerwarteten Situation, die vielleicht auf euch zukommen könnte. Zum Beispiel könnte es zu überraschenden Begegnungen mit Menschen kommen, die ihr schon mal getroffen habt. Venus ist nun rückläufig und nicht nur im echten Leben, auch in euren Träumen und Visionen können sich den ganzen Monat über Menschen zeigen, die ihr schon mal getroffen und vielleicht auch geliebt habt. Besonders intensiv wird die nostalgische Stimmung zum 13. August, wenn Liebesgöttin Venus in ihrer Rückläufigkeit auf die Sonne trifft. Vielleicht kommt es dann zu einem Kontakt mit einer früheren Liebe. Das kann starke Gefühle in euch auslösen, aber denkt dran, der Zauber der Erinnerung lässt Vergangenes oft schöner wirken, als es eigentlich war. Wenn ihr Single und auf der Suche seid, wartet nicht auf die Vergangenheit, sondern ergreift, beherzt selbst die Initiative. Ihr habt jetzt Mars in eurem Zeichen und seid mutiger als sonst, wenn es darum geht, auf andere zuzugehen oder sich auf einer Dating-Plattform anzumelden. Der Neumond in eurem Nachbarzeichen Löwe am 16. August lädt euch dazu ein, euer vergangenes Lebensjahr noch mal liebevoll zu betrachten und euch dann davon zu verabschieden. Geht in einer Neumond-Meditation der Frage nach, wo ihr in den letzten zwölf Monaten bereits eurer inneren Stimme gefolgt seid. Und ihr könnt darüber sinnieren, wo ihr in den kommenden zwölf Monaten mehr Achtsamkeit und Liebe erfahren möchtet. Am 23. August um genau 11.01 Uhr am Vormittag wechselt die Sonne in euer Zeichen und ihr steht jetzt im Mittelpunkt. Ich hoffe, ihr könnt euch daran erfreuen. Am gleichen Tag wird euer Herrscher Merkur für die nächsten drei Wochen rückläufig. Da solltet ihr die Pläne zu eurer Geburtstagsparty lieber doppelt prüfen, nicht, dass ihr die Einladung mit einem falschen Datum an eure Gäste schickt. Weil Merkur sich ja gerade ebenfalls in eurem Zeichen befindet, werdet ihr die Rückläufigkeit vielleicht noch mehr spüren als sonst. Passt auf, dass ihr euch nicht verzettelt. Auch in euren Beziehungen könnte es Spannungen geben. Vielleicht zeigt sich das positiv durch ein großes Knistern und viel Erotik und ihr könnt die Finger nicht voneinander lassen. Möglich ist aber auch, dass ihr Entscheidungen oder präzise Aussagen von eurem Gegenüber fordert und eure Herzensmenschen sich einfach nicht entscheiden können. Genießt lieber das Knistern und konzentriert euch nicht auf den Stress. Der Vollmond am 31. August in eurem Partnerhaus Fische richtet den Fokus auf eure Partnerschaften und Seelenbeziehungen. Es ist wirklich eine magische Zeit und wenn ihr auf der Suche nach einer neuen Liebe seid, dann ist das der beste Tag im Jahr, um in einem Ritual die kosmischen Kräfte in eure Beziehungswünsche zu lenken. Schreibt alles auf, möglichst genau und detailliert, aber lasst auch eure kühnsten Fantasien mit hineinfließen. Weil der strenge Saturn sich eng an den Vollmond schmiegt, könntet ihr vielleicht jemanden daten, der deutlich älter ist als ihr oder ihr fühlt euch von Menschen angezogen, die reif und lebenserfahren wirken. Das Einzige, was ihr nicht machen solltet, ist, euch frustrieren zu lassen, weil vielleicht ein wichtiger Mensch euch kurzfristig zu eurem Geburtstag absagt oder es zu sonstigen Blockaden kommt. Nehmt es locker und freut euch an den Menschen, die kommen, um auf euer Wohl anzustoßen. Das waren eure Tendenzen für den August. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr wundervollen Vagegeborenen und Vage-Ascendenten. Wie geht es euch mit der rückläufigen Venus? Ist schon jemand aus der Vergangenheit wieder aufgetaucht? Seid ihr dabei, Beziehungen und Freundschaften neu zu bewerten? Im August wird es auf jeden Fall spannend für euer soziales Leben. Das schauen wir uns gleich näher an. Vorher gibt es noch einen Tipp und ein Rabattgeschenk. Rabattgeschenk. Habt ihr eigentlich alle schon euer schriftliches Geburtshoroskop als PDF vorliegen? Das ist nämlich die Basis für alles. Wenn ihr wisst, wo sich eure Planeten befinden und was sie für euch bedeuten, dann sind die Informationen, die ihr in meinen Horoskop-Videos bekommt, noch wertvoller für euch. Falls ihr unser beliebtes Flagship-Produkt noch nicht habt oder jemandem schenken wollt, bekommt ihr es ab sofort und bis zum 23. August mit 20% Sommerrabatt. Ist auch eine schöne Urlaubslektüre. Sichert euch jetzt euren Rabatt. Und der Gutscheincode ist, könnt ihr euch bestimmt denken, SOMMER23. Mehr Infos und den Link zum Bestellen findet ihr auf der Infokarte hier und in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes. Die Venus, eure Herrscherin, hat ihre Rückläufigkeit begonnen und manche vielversprechende neue Beziehung, Freundschaft oder gemeinsame Initiative sieht nun vielleicht nicht mehr ganz so toll aus. Es ist eine Zeit zum Innehalten und dafür gegebenenfalls Dinge neu zu bewerten. Ist es wirklich das, was ihr wolltet? Vielleicht zieht sich nun auch jemand zurück oder ein Freund oder eine Freundin aus der Vergangenheit taucht wieder auf. Eine Person, mit der ihr eigentlich schon abgeschlossen hattet. Euch gefällt die Idee, diese Freundschaft wieder aufleben zu lassen. Doch dazu müsstet ihr beide verstehen, warum es zu diesem Bruch gekommen ist und bereit sein, es in Zukunft besser zu machen. Im September findet ihr dann vielleicht einen neuen Anfang. Ihr könnt den Freundschaftsvollmond im Wassermann am 1. August nutzen, um euch in Meditationen oder auch Gesprächen darüber klar zu werden, wie ihr mit einer bestimmten sozialen Situation umgehen wollt. Auch der Neumond im Löwen am 16. August dreht sich um das Freundschafts- und Beziehungsthema. Und ihr könnt dazu eine Meditation oder ein Ritual durchführen. Wenn ihr fest liiert seid, solltet ihr bei euren Überlegungen auch euren Schatz mit einbeziehen. Vor allem, wenn er oder sie sich zurückgesetzt fühlt, weil ihr euch stark auf Partys und Events engagiert und viel mit Freunden und Bekannten trefft. Für einige von euch zeigt Heiler Chiron auch an, dass es in euren Beziehungen oder in der Familie etwas zu heilen gibt. Dafür sind die Chancen in diesem Monat besonders gut. Und auch darauf könnt ihr zu den Mondmeditationen euer Augenmerk legen. Günstig sind die Konstellationen auch für therapeutische Ansätze, die mit spirituellen Methoden arbeiten. Energieplanet Mars und Denker Merkur sind derzeit in eurem 12. Haus unterwegs und ihr könnt ihre Kräfte nutzen, um euch mit der geistigen Welt zu verbinden. Beruflich scheint es zurzeit etwas anstrengend zu sein und viele Details müssen bedacht und angepasst werden. Versucht, in der ersten Monatshälfte noch so viel wie möglich unter Dach und Fach zu bringen. Vom 17. bis 31. August ist nämlich eine etwas schwierige Phase, in der auf das Team nicht unbedingt Verlass ist. Auch nicht auf Personen oder Organisationen, die euch sonst eigentlich zur Seite stehen, wie etwa der Betriebsrat. Es sieht ganz so aus, als müsstet ihr euch in der Firma allein durchschlagen. Wenn ihr sensibel seid, kann sich das negativ auf die Gesundheit auswirken. Sollte das der Fall sein, habt keine Skrupel, euch ein paar Tage krankschreiben zu lassen. Überhaupt solltet ihr auf eure Gesundheit achten. Bei euch steht Saturn im Gesundheitshaus und der wird diesen Monat stark aktiviert. Alles, worum ihr euch jetzt nicht kümmert, wird nachher umso langwieriger werden. Und dieses Thema ruft gegen Ende des Monats immer stärker nach Beachtung. Am 23. August wechselt die Sonne in die Jungfrau und am gleichen Tag wird auch Merkur in der Jungfrau rückläufig. Dabei wird die Gesundheitsachse in eurem Horoskop aktiviert und zwar so, dass ihr körperliche Probleme tatsächlich auch mit feinstofflichen oder spirituellen Methoden verbessern oder sogar heilen könnt. Ganz besonders gilt das für die Tage rund um den zweiten Vollmond des Monats in den Fischen am 31. August. Er beleuchtet eure wichtigen Gesundheitsthemen und hat eine große spirituelle Kraft. Ihr solltet daher die Vollmond-Meditation nutzen, um darüber nachzudenken, was bei euch geheilt werden darf. In diese Zeit fällt auch ein sehr wichtiger neuer Transit für euch. Energieplanet Mars wird nämlich am 27. August für sechs Wochen in die Waage gehen und dadurch werden eure körperlichen und mentalen Kräfte geweckt. Bestimmt werdet ihr merken, dass ihr euch in den kommenden Wochen frischer und energischer fühlt. Das waren eure Tendenzen im August. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr magischen Skorpion-Geborenen und Skorpion-Ascendenten. Ein neuer karmischer Zyklus hat begonnen und vielleicht spürt ihr schon die Energie der Veränderung. Beruflich wird es im August nochmal heiß hergehen, bevor sich der Fokus für euch wieder ein bisschen mehr in Richtung Freizeit und Kreativität verschiebt. Das schauen wir uns gleich näher an. Vorher habe ich noch einen kosmischen Tipp für euch. Habt ihr eigentlich alle schon euer schriftliches Geburtshoroskop als PDF vorliegen? Das ist nämlich die Basis für alles. Wenn ihr wisst, wo sich eure Planeten befinden und was sie für euch bedeuten, dann sind die Informationen, die ihr in meinen Horoskop-Videos bekommt, noch wertvoller für euch. Falls ihr unser beliebtes Flagship-Produkt noch nicht habt oder jemandem schenken wollt, bekommt ihr es ab sofort und bis zum 23. August mit 20% Sommerrabatt. Ist auch eine schöne Urlaubslektüre. Sichert euch jetzt euren Rabatt. Und der Gutscheincode ist, könnt ihr euch bestimmt denken, Sommer 23. Mehr Infos und den Link zum Bestellen findet ihr auf der Infokarte hier und in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes. Direkt zum Monatsbeginn haben wir am 1. August den Vollmond im weltoffenen Zeichen Wassermann. Und das kann auf Trubel in der Familie oder dem Zuhause hindeuten. Weil wir uns ja in der Urlaubszeit befinden, könnte eure Familie sich zum Beispiel mehr Zeit mit euch wünschen. Und ihr habt nur die Arbeit im Kopf. Gerade in den Tagen vom 7. bis 17. August seid ihr geneigt, eurer Berufung alles andere unterzuordnen und besonders viel Zeit im Büro zu verbringen. Vielleicht auch wegen einem Kollegen? Venus ist ja rückläufig in eurem Karrierehaus und das könnte auf Affären oder heiße Flirts am Arbeitsplatz hindeuten. Möglich wäre auch, dass ein Verflossener plötzlich als Kollege wieder in eurem Leben erscheint. Seid also vorsichtig und achtsam mit euren Gefühlen und denen anderer. Nicht zuletzt kann auch euer guter Ruf leiden. Spannungen in euren Partnerschaften könnten aber auch zu einer großen Leidenschaft und viel Erotik führen. Und ihr geht vielleicht neue Wege in eurer körperlichen Liebe. Es wäre auf jeden Fall die bessere Variante, um mit der aufgeladenen Stimmung umzugehen, als sich zu streiten. Bei euren Freundschaften und sozialen Kontakten solltet ihr in der ersten Augustwoche und dann nochmal zwischen dem 17. und 28. August gut aufpassen, dass es keinen Knatsch gibt. Es drohen Missverständnisse rund um das Thema Geld. Am besten ist es immer, Freundschaften und geschäftliches Gut auseinanderzuhalten. Aber in den genannten Phasen kann es zu Brüchen kommen und das lässt sich vermeiden, wenn man von vornherein klare Verhältnisse schafft. Nostalgie weht durch euer Karrierehaus, wenn sich die Sonne am 13. August mit der rückläufigen Venus und Lilith verbindet. Vielleicht kommt ihr mit alten Geschäftspartnern oder Projekten nochmal in Berührung. Vielleicht wird euch auch schmerzlich klar, dass ihr eine aufregende Idee aufgegeben habt und ihr überlegt nun, wie ihr es doch nochmal hinbekommen könntet. Schreibt mir doch gerne in die Kommentare, wie ihr diese Zeit erlebt. Am 16. August haben wir den Neumond im feurigen Löwen und für euch ist das ein toller Moment, um euch mit der Berufung eures Lebens und dem Ruf eurer Seele zu beschäftigen. In einer Neumond-Meditation könntet ihr euch der Frage widmen, was euch glücklich macht im Leben. Denn das, was uns ein gutes Gefühl gibt, ist ein zuverlässiger Kompass, an dem wir unseren Seelenweg ausrichten können. Am 23. August wechselt die Sonne in das perfektionistische Zeichen Jungfrau und Kommunikationsplanet Merkur wird rückläufig für die kommenden drei Wochen. Das kann zu Missverständnissen und ungeplanten Situationen in eurem Freundeskreis oder sozialen Netzwerken führen. Freundinnen sind vielleicht empfindlicher als sonst und interpretieren Aussagen ganz anders, als sie gemeint sind. Seid einfach ein bisschen verständnisvoll und umsichtig mit euren Worten, dann solltet ihr gut durch die Phase kommen. Zum Monatsende wird eure Fantasie und euer Zugang zur geistigen Welt verstärkt, denn Energieplanet Mars wechselt am 27. August in die Waage und aktiviert euren Bereich für Träume und Visionen. Und am 31. haben wir dann einen ganz spirituellen Vollmond im sanften Zeichen Fische. Ihr könntet jetzt ein starkes Bedürfnis verspüren, eure Emotionen oder eure innere Welt kreativ auszudrücken und das solltet ihr dann auch tun. Falls euch der Sinn nach Rückzug und Entkopplung steht, ist das keine schlechte Idee nach den leidenschaftlichen und hitzigen Löwewochen. Auch die Arbeit in einem kreativen Zirkel könnte jetzt richtig produktiv sein. Ihr empfangt vielleicht sehr intensive Visionen und könnt sie dann kraftvoll in Kunst oder Musik ausdrücken. Weil Meisterplanet Saturn auch mitspielt, habt ihr genug Durchhaltevermögen, um auch anspruchsvolle Projekte zu vollenden und vielleicht der Öffentlichkeit zu präsentieren. Das waren eure Tendenzen im August. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr großartigen Schützegeborenen und Schütze-Aszendenten. Bei der intensiven und heißen Sommerenergie fühlt ihr euch pudelwohl und in eurem Element. Genießt knisternde Flirts und schöne Momente zu zweit, denn zum Ende des Monats geht die Sonne in die Jungfrau und wir kühlen uns alle langsam wieder ab. Falls euch der Sinn danach steht, mehr über euch selbst zu erfahren, dann habe ich noch einen Tipp für euch. Habt ihr eigentlich alle schon euer schriftliches Geburtshoroskop als PDF vorliegen? Das ist nämlich die Basis für alles. Wenn ihr wisst, wo sich eure Planeten befinden und was sie für euch bedeuten, dann sind die Informationen, die ihr in meinen Horoskop-Videos bekommt, noch wertvoller für euch. Falls ihr unser beliebtes Flagship-Produkt noch nicht habt oder jemandem schenken wollt, bekommt ihr es ab sofort und bis zum 23. August mit 20% Sommerrabatt. Ist auch eine schöne Urlaubslektüre. Sichert euch jetzt euren Rabatt. Und der Gutscheincode ist, könnt ihr euch bestimmt denken, Sommer23. Mehr Infos und den Link zum Bestellen findet ihr auf der Infokarte hier und in der Videobeschreibung beziehungsweise den Shownotes. Der August beginnt direkt mit Vollmondenergie. Am 1. strahlt der Mond vom Zeichen Wassermann aus und macht euch redselig und gesellig. Verbringt doch den Abend am besten im Biergarten oder bei einem tollen Abendessen mit Freunden in einem Restaurant, das ihr noch nicht kennt. Ihr seid in guter Stimmung und könnt mit schnellen Gedanken und tollen Ideen richtig Eindruck schinden. Noch besser wäre es allerdings, wenn ihr Urlaub hättet und euer Fernweh stillen könntet. Ihr seid ja immer gern auf Achse und super offen für fremde Kulturen und die aktuellen Energien verstärken eure Begeisterung fürs Unbekannte, fürs Reisen und die Erweiterung eures Horizonts. Und auch für die Liebe, noch mehr als sonst. Bis zum 23. August bremt ihr förmlich für eure Herzensmenschen. Lust und Leidenschaft sind große Themen bei euch in den letzten heißen Sommerwochen. Liebesgöttin Venus ist nun rückläufig und so könnte es sein, dass ihr an verflossene Liebespartner denkt und feststellt, dass die ein oder andere Flamme noch nicht erloschen ist. Venus geht auch immer wieder auf Spannung zu Uranus und das kann schnell mal zu Zweifeln an der aktuellen Beziehung führen. Verliert euch nicht in der Erinnerung und seid sehr vorsichtig, falls ihr in einer festen Beziehung seid, wenn ihr heimlich mit alten Bekannten schreibt. Das Vertrauen in eure aktuelle Partnerschaft könnte daran nämlich Schaden nehmen. Verschiebt alle weitreichenden Entscheidungen, wenn möglich bis Mitte September. Am 13. August haben wir den Höhepunkt von Venus Rückläufigkeit. Dann verbindet sich die Sonne mit der Liebesgöttin und die Energie ist super nostalgisch. In der zweiten Monatshälfte kann es immer wieder zu Spannungen zwischen eurem privaten und eurem öffentlichen Leben kommen. Eigentlich habt ihr eine superproduktive Phase im Büro, aber eure Familie macht euch ein schlechtes Gewissen oder die Liebsten sind so verplant, dass es euch den letzten Nerv raubt. Im August seid ihr gefordert, euch in Gelassenheit zu üben, denn Kampfplanet Mars steht quer zur Schützesonne und das kann euch schon ziemlich gereizt machen. Im Zweifelsfall hilft die 90-Sekunden-Regel. Der feurige Löwe-Neumond am 16. August fegt vielleicht schon wieder alle Spuren der bittersüßen Nostalgie aus eurem Geist, denn ihr fühlt euch super inspiriert, neue Dinge zu lernen und euch weiterzubilden. Vielleicht ist aus den Erinnerungen heraus auch eine neue Idee gereift, die jetzt manifestiert und in die Wirklichkeit gebracht werden will. Verbindet euch in einer Meditation mit eurer inneren Führung und beschäftigt euch mit der Frage, was ihr als nächstes lernen dürft. Am 23. August wechselt die Sonne in die Jungfrau und aktiviert euer Haus von Berufung und Öffentlichkeit. Jedoch wird Denkplanet Merkur im gleichen Bereich rückläufig und das kann euch unerwartete Herausforderungen in euren Projekten bringen. Lasst euch nicht zu sehr davon frustrieren. Manchmal gibt es einfach Verzögerungen und Extraschleifen, die gedreht werden müssen. Diese Phase ist ja dann auch nach drei Wochen wieder vorbei. Bevor der Monat endet, geht Kämpfer Mars am 27. in euren Freundschaftsbereich und macht euch noch unternehmungslustiger als sonst. Der Altweibersommer wird euch sicher schöne Momente in den Weinbergen oder bei einer Radtour bescheren. Am letzten Augusttag wird eure Stimmung sanft und familiär. Der Vollmond im sensitiven Zeichen Fische verbindet euch mit eurer Familie und eurer Heimat. Trotz aller Rastlosigkeit und eurem Wunsch nach Erfahrung, an diesem Tag ist kein Platz so schön wie mit euren Liebsten daheim. Prüferplanet Saturn beteiligt sich auch an dem Vollmond und so spürt ihr wieder, wo euer Herz zu Hause ist und wo ihr wirklich verankert seid, falls ihr euch da in den letzten Wochen nicht so sicher wart. Das waren eure Tendenzen für den August. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr fabelhaften Steinbock-Geborenen und Steinbock-Ascendenten. Ein interessanter Monat erwartet euch, vor allem, wenn ihr auf Reisen seid und gute Leute trefft. In euren festen Beziehungen kann es ganz schön heiß hergehen und die Singles unter euch haben hervorragende Flirtchancen. Gleich schauen wir in die Tendenzen. Vorher habe ich noch ein schönes Angebot mit Rabattgeschenk für euch. Habt ihr eigentlich alle schon euer schriftliches Geburtshoroskop als PDF vorliegen? Das ist nämlich die Basis für alles. Wenn ihr wisst, wo sich eure Planeten befinden und was sie für euch bedeuten, dann sind die Informationen, die ihr in meinen Horoskop-Videos bekommt, noch wertvoller für euch. Falls ihr unser beliebtes Flagship-Produkt noch nicht habt oder jemandem schenken wollt, bekommt ihr es ab sofort und bis zum 23. August mit 20% Sommerrabatt. Ist auch eine schöne Urlaubslektüre. Sichert euch jetzt euren Rabatt. Und der Gutscheincode ist, könnt ihr euch bestimmt denken, Sommer 23. Mehr Infos und den Link zum Bestellen findet ihr auf der Infokarte hier und in der Videobeschreibung beziehungsweise den Shownotes. Ihr startet in den August mit Rückenwind von Powerplanet Mars und Wohltäter Jupiter. Da kann eigentlich nichts schief gehen. Jedenfalls in der ersten Augusthälfte. Eure Planungen sollten gut funktionieren, sowohl beruflich als auch, wenn ihr frei habt. Dann könnt ihr auf Reisen oder auch beim Sport und bei Aktivitäten in der Natur so richtig schön abschalten und die Seele baumeln lassen. Diejenigen von euch, die kreative Projekte am Laufen haben, sind wahrscheinlich ganz besessen davon, daran weiterzuarbeiten und voranzukommen. Für Singles sieht es ebenfalls gut aus. Flirts können sich mit großzügigen und witzigen, ausgefallenen Leuten ergeben. Auch eine prickelnde Urlaubsbekanntschaft ist drin. Schwieriger stehen die Sterne für eure festen Beziehungen, denn in diesem Bereich befindet sich die rückläufige Venus zusammen mit der wilden Lilith und der Sonne und die drei sorgen für ein leidenschaftliches Auf und Ab. Da kann schon gleich der Vollmond am 1. August für größere Gefühlsausschläge sorgen und die Anspannung reicht bis zum Neumond am 16. August. Aber ihr fühlt euch dank Jupiter stark und seid mithilfe von Denker Merkur auch mental gut aufgestellt. Trotzdem lassen sich tiefe Gefühle mit Argumenten nicht einfach wegdiskutieren. Ihr solltet auf gemeinsame Erlebnisse setzen, zum Beispiel bei einer Reise oder beim Sport. Das verbindet. Auch Sex und Erotik können tatsächlich ein schönes Ventil sein, um Spannungen positiv zu kanalisieren. Denkbar ist aber auch ein Szenario, bei dem jemand aus der Vergangenheit auftaucht und euer aufgeräumtes Gefühlsleben durcheinanderbringt. Das lässt sich dann auch nicht verdrängen. Ihr müsst euch damit auseinandersetzen, was das für eure jetzige Beziehung bedeutet. Sowohl der Vollmond im Wassermann am 1. August als auch der Neumond im Löwen am 16. August aktivieren eure festen und verbindlichen Beziehungen und auch Wertvorstellungen. Ihr könnt euch deshalb in eurer Meditation auf das Beziehungsthema konzentrieren und darauf, welche Werte ihr mit anderen teilt. Das könnte auch für Singles interessant sein, die jemand Neues kennengelernt haben oder in ihr Leben ziehen möchten. Ab dem 23. August kommt schon mehr Klarheit in viele Angelegenheiten, denn dann geht die Sonne in die Jungfrau und das ist eine angenehme und verträgliche Energie. Sie aktiviert für vier Wochen euer kosmisches Haus der Reisen und der Philosophie. Falls ihr erst jetzt in den Urlaub starten könnt, ist das durchaus günstig. Allerdings wird am gleichen Tag auch der Merkur im Reisehaus rückläufig. Plant also bitte für alles etwas mehr Zeit ein und rechnet damit, dass es Verzögerungen gibt. Trotzdem werdet ihr wahrscheinlich insgesamt auf Reisen eine gute Zeit haben. Beruflich ist diese Phase günstig für Fort- und Weiterbildungen und der rückläufige Merkur hilft außerdem beim Forschen, vor allem wenn ihr euch Sachen aus der Vergangenheit nochmal vornehmt, um sie zu untersuchen. Aber lasst euch Zeit, die Ergebnisse zusammenzutragen und präsentiert sie am besten erst ab Mitte September. Am 27. August beginnt der neue Marstransit durch die Waage. Der Energieplanet aktiviert dann für sechs Wochen euer Karrierehaus. Da geht es jetzt häufiger um strategische und diplomatische Überlegungen. Das stärkt eure Fähigkeit, klug und politisch zu denken, wenn es um Karriereentscheidungen geht. Allerdings müsst ihr euer Temperament im Zaum halten und dürft nicht die Geduld verlieren. Der zweite Vollmond des Monats am 31. August findet in den Fischen statt. Er aktiviert eure Wissensachse und außerdem euren Herrscher Saturn. Die letzten zehn Tage des Monats können günstig sein, um die Lösung für ein kniffliges Problem zu finden und bei der Sache zu bleiben. Ihr könntet auch einem Geheimnis auf die Spur kommen oder spirituelle Erkenntnisse haben. Und darauf könnt ihr euch natürlich in einer Vollmond-Meditation konzentrieren. Das waren eure Tendenzen im August. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr wundervollen Wassermanngeborenen und Wassermann-Ascendenten. Die versammelte Planetenmannschaft rund um die rückläufige Venus lässt weiterhin eure Beziehungsthemen glühen. Und wenn ihr dafür offen seid, könnt ihr faszinierende Menschen kennenlernen. Festliierte erleben eine positive Dynamik in ihrer Partnerschaft. Das schauen wir uns gleich näher an. Vorher habe ich noch einen kosmischen Tipp für euch. Habt ihr eigentlich alle schon euer schriftliches Geburtshoroskop als PDF vorliegen? Das ist nämlich die Basis für alles. Wenn ihr wisst, wo sich eure Planeten befinden und was sie für euch bedeuten, dann sind die Informationen, die ihr in meinen Horoskop-Videos bekommt, noch wertvoller für euch. Falls ihr unser beliebtes Flagship-Produkt noch nicht habt oder jemandem schenken wollt, bekommt ihr es ab sofort und bis zum 23. August mit 20% Sommerrabatt. Ist auch eine schöne Urlaubslektüre. Sichert euch jetzt euren Rabatt. Und der Gutscheincode ist, könnt ihr euch bestimmt denken, Sommer23. Mehr Infos und den Link zum Bestellen findet ihr auf der Infokarte hier und in der Videobeschreibung beziehungsweise den Shownotes. Beziehungen und Partnerschaften sind das Top-Thema in diesem Monat für euch. Gleich am 1. August haben wir einen fulminanten Vollmond im Wassermann, der eure Beziehungsachse mit Lilith und der rückläufigen Venus aktiviert. Jetzt ist alles möglich. Ihr könnt jemand Neues kennenlernen, der euch umhaut. Gerade scheinbar schwierige und eigensinnige Menschen faszinieren euch ganz besonders und ihr merkt, dass sie das Potenzial haben, euch wirklich interessante Erkenntnisse zu bringen. Andererseits könnte der schöne Fluss der Liebeserlebnisse aber auch unterbrochen werden. Vielleicht zieht sich jemand zurück. Vielleicht erkennt ihr, dass eure Wertvorstellungen doch nicht so gut übereinstimmen. Es könnte auch eine verflossene Liebe wieder in euer Leben zurückkehren und die alte Faszination erwacht von Neuem. Das ist natürlich dann schwierig, wenn ihr bereits wieder liiert seid. Trotz möglicher Komplikationen bergen solche Situationen auch die Chance, aus Beziehungsfehlern der Vergangenheit zu lernen. Wenn ihr noch frei seid, beginnt ihr nun vielleicht mit dem oder der Ex nochmal von vorne. All das kann sich im Licht des Vollmonds zeigen. Und zum gleichen Thema gibt es am 16. August auch den Neumond im Löwen in eurem Partnerhaus. Beide Mondphasen bieten sich für kraftvolle Meditationen rund um eure Beziehungsthemen an. Und das gilt auch für alle andere Arten von Partnerschaften. Auch jemand, mit dem ihr geschäftlich oder freundschaftlich verbandelt seid, kann euch nun vor Herausforderungen stellen. Und dann geht es darum, vielleicht euer Verhältnis zu klären und eventuell nochmal neu zu bewerten. Vorsichtig solltet ihr sein, wenn euer Gegenüber nach Geld fragt. Ihr solltet auch nicht vorab Dinge bezahlen. Grundsätzlich ist die Zeit mit der rückläufigen Venus nicht die beste für finanzielle Vereinbarungen. Wenn ihr jedoch die betreffenden Menschen bereits gut kennt und schon tragfähige Strukturen aufgebaut habt, sollte es funktionieren. Es sieht ganz so aus, dass eure bestehenden Beziehungen und auch familiären Bindungen gleichzeitig harmonisch und dynamisch sind. Davon profitiert ihr sowohl im gemeinsamen Urlaub als auch dann, wenn ihr euch zusammen etwas vorgenommen habt. Zum Beispiel Renovierungsarbeiten oder ein wichtiges Familiengespräch. Dabei solltet ihr neue Flirts und Bekannte, die sich womöglich einmischen wollen, aber heraushalten. Denn das kann die Harmonie stören. Beruflich kann der Monat erfolgreich sein, vor allem, wenn ihr im Marketing oder beratend oder in einem helfenden und heilenden Beruf tätig seid. Die Arbeit mit Klienten und Patientinnen kann euch beflügeln und neue Erkenntnisse bescheren, die auch für euch persönlich wichtig sind. Auch falls ihr im Versicherungswesen beschäftigt seid oder die Gelder anderer betreut, dürftet ihr eine gute Phase im Job haben. Wenn ihr in einem Familienbetrieb arbeitet, haltet ihr zusammen. Nur falls ihr in der dritten Dekade Geburtstag habt, kann es stressig werden, wenn eure derzeitigen Liebespartner der Familie nicht gefallen. Aufpassen müsst ihr in der Zeit vom 21. bis 27. August. Da könnte man versuchen, euch über den Tisch zu ziehen. Dabei gibt man sich super freundlich, aber seid vorsichtig. Egal wie sympathisch Verkäufer, Vertreter oder Bankmitarbeiter auftreten, prüft genau, ob ihre Angebote auch seriös sind. Das hat auch damit zu tun, dass am 23. August der Merkur rückläufig wird und am gleichen Tag tritt die Sonne ins Zeichen Jungfrau. Und das alles bei euch im Bereich der Verträge und Verbindlichkeiten. Gegen Ende des Monats seht ihr aber schon wieder klarer und könnt euren Erfolgskurs weiter fortsetzen. Am 27. August wechselt der Mars in die Waage und steht dann für sechs Wochen super günstig für eure persönlichen und beruflichen Projekte. Der zweite Vollmond des Monats am 31. August fällt in die Fische und beleuchtet eure Werteachse. Falls euch Fragen ums Geld oder euer Selbstwertgefühl bewegen, ist das ein hervorragender Vollmond, um darüber zu meditieren und wichtige Erkenntnisse zu erhalten. Das waren eure Tendenzen im August. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr zauberhaften Fischegeborenen und Fische-Aszendenten. Der wichtigste Vollmond des Jahres für euer Zeichen erwartet euch und überhaupt ist trotz der intensiven, emotionalen Sommermonate eure spirituelle Ader geweckt. Das heißt aber nicht, dass ihr auf heiße Flirts verzichten müsst, wenn ihr Single seid. Das schauen wir uns gleich genauer an. Vorher habe ich noch ein sommerliches Rabattgeschenk für euch. Habt ihr eigentlich alle schon euer schriftliches Geburtshoroskop als PDF vorliegen? Das ist nämlich die Basis für alles. Wenn ihr wisst, wo sich eure Planeten befinden und was sie für euch bedeuten, dann sind die Informationen, die ihr in meinen Horoskop-Videos bekommt, noch wertvoller für euch. Falls ihr unser beliebtes Flagship-Produkt noch nicht habt oder jemandem schenken wollt, bekommt ihr es ab sofort und bis zum 23. August mit 20% Sommerrabatt. Ist auch eine schöne Urlaubslektüre. Sichert euch jetzt euren Rabatt. Und der Gutscheincode ist, könnt ihr euch bestimmt denken, Sommer23. Mehr Infos und den Link zum Bestellen findet ihr auf der Infokarte hier und in der Videobeschreibung bzw. den Shownotes. Die Sonne steht im Löwen und direkt am 1. August haben wir den Vollmond im freiheitsliebenden Zeichen Wassermann. Bei euch verstärkt das eure spirituelle und visionäre Veranlagung, aber auch euer Bedürfnis nach Rückzug und Entkopplung vom Trubel des Alltags. Ihr seid besonders durchlässig und könntet viele Eingebungen erhalten, gerade über eure Vergangenheit und ehemalige Liebespartner. Weil sich Energien von anderen sehr schnell auf euch übertragen, ist ein bisschen Rückzug zum Monatsbeginn vielleicht nicht die schlechteste Idee. Die Venus ist nun rückläufig und das Gefühl von Erinnerung und alten Romanzen wird in diesem Monat immer intensiver mit Höhepunkt zum 13. August. Da verbindet sich die Sonne mit der Göttin Venus und auch die wilde Lilith mischt mit in diesem Liebesspiel. Ihr könntet jetzt in eurem Alltag eurer Vergangenheit begegnen. Ein Szenario wäre zum Beispiel, dass im Wartezimmer bei eurem Arzt auf einmal ein Ex-Partner sitzt. Oder ihr hört im Radio den Song, der euch an euren ersten Kuss erinnert. Vielleicht meldet sich aber auch eine alte Liebe aus der Vergangenheit zurück, die euer süßes und fantasievolles Wesen einfach nicht vergessen kann. Solche Situationen sollten euch in diesen Wochen nicht überraschen. Achtet mal darauf, welche Gefühle sich einstellen. Aber auch ganz neue Flirts können sich ergeben und zwar nach dem Motto, was sich liebt, das neckt sich. Egal was auch passiert, wartet erstmal ab und lasst die Dinge auf euch zukommen, bevor ihr wichtige Entscheidungen in der Liebe oder bezüglich anderer wichtiger Beziehungen trefft. Und zwar am besten bis Mitte September. Leierte Fische könnten kleine Machtspielchen mit ihrem Schatz erleben. Gleichzeitig sind Erotik und Anziehungskraft super stark. Nutzt die Spannung für intensive Momente in der Liebe und streitet euch nicht. Der Neumond am 16. August beleuchtet eure Gesundheit und eure Routinen. Wenn es etwas gibt, an dem ihr festhaltet, das euch aber mehr schadet als gut tut, ist das eine schöne Gelegenheit, um solche Verhaltensweisen abzulegen. Von Gewohnheiten wie zu viel Zucker oder zu viel Screentime könnt ihr euch jetzt leichter lösen als sonst und sie durch bessere Rituale ersetzen. Zum Beispiel endlich wieder genug Geduld aufbringen, um ein Buch zu lesen und nicht nur auf den Newsticker auf eurem Handy zu starren. Eure Partnerschaften und alle wichtigen Beziehungen in eurem Leben rücken ab dem 23. August in den Vordergrund, wenn die Sonne in euer Partnerhaus Jungfrau wandert und Kommunikationsplanet Merkur dort am gleichen Tag rückläufig wird. In den nächsten drei Wochen solltet ihr gut darauf achten, dass es nicht zu Missverständnissen und Streitereien mit euren Lieblingsmenschen kommt. Da ist nämlich der Frust schnell vorprogrammiert. Doch gleichzeitig könnte es Fortschritte in euren Verbindlichkeiten geben, wenn Kämpfer Mars am 27. in euer Haus der Verträge wandert. Ihr oder euer Schatz könntet euch nach längerem Hin und Her jetzt endlich festlegen wollen. Setzt euch Ziele und diskutiert darüber, aber wartet mit weitreichenden Entscheidungen möglichst noch ab bis Mitte September. Falls ihr Single seid, ist der Vollmond am 31. August wunderbar für eine Meditation über eure Beziehungswünsche. Und die können auch tatsächlich in Erfüllung gehen. Interessant für euch alle ist, dass Meisterschaftsplanet Saturn, der ja bei euch im Zeichen steht, sich mit dem Vollmond verbindet. Dadurch könntet ihr in ernsthafter Stimmung sein, weil ihr euch vielleicht eurer eigenen Grenzen bewusster werdet. Gleichzeitig seid ihr aber auch sehr durchlässig und empfindsam. Saturn kann euch dabei helfen, euch zu strukturieren und mehr Form in eure Gefühle zu bringen. Wenn es ein Thema gibt, bei dem ihr euch nicht entscheiden könnt oder zu viele Möglichkeiten habt, wird euch Saturn in einer Meditation sicher dabei helfen, eine Lösung zu finden und klar zu sehen. Das waren eure Tendenzen für den August. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen. Herzlich willkommen zum Service-Teil mit wichtigen Infos und Terminen. Meine Produkte und Beratungen findet ihr auf meiner Homepage unter antonialangsdorf.com-horoskope-shop. Und zurzeit laufen zwei Rabatte. Ihr erhaltet jetzt unser Flagship-Produkt, das Geburtshoroskop, mit 20% Sommerrabatt. Und außerdem auch das große Venus-Horoskop. Da ist die Rabattaktion jetzt noch bis zum 31. Juli verlängert. Also schlagt schnell zu, wenn ihr es noch nicht habt. Der nächste Livestream ist am 11. August. Da zeige ich euch das magische Pentagramm der Venus. Und wir können uns darüber austauschen, wie der Sommer der Liebe für euch läuft und ob ihr interessante Begegnungen mit Menschen aus der Vergangenheit habt. In unseren Livestreams gibt es ja auch immer ein Gewinnspiel und auch diesmal könnt ihr wieder mitmachen. Dazu müsst ihr euch bitte aus Datenschutzgründen vorher anmelden und zwar auf meiner Homepage unter antonialangsdorf.com-livestream. Und das findet ihr auch unter dem Video bzw. in den Shownotes verlinkt. Und wir kommen zur Verlosung. Diesmal könnt ihr ein schriftliches Partnerhoroskop als PDF gewinnen und darin erfahrt ihr, wie eure Planeten mit denen eures Herzensmenschen harmonieren. Und so macht ihr mit. Postet mir bitte hier einen netten Kommentar und erzählt mir, wie es euch mit den Sternen so geht. Und falls noch nicht geschehen, abonniert meinen Kanal. Und ganz wichtig, aktiviert bitte auch das Glöckchen für die Benachrichtigung, damit ihr kein Video mehr verpasst. Hier könnt ihr meinen Kanal abonnieren. Unbedingt empfehlen möchte ich euch mein Special über den neuen Mondknotentransit. Ein neuer Karma-Zyklus beginnt. Und viele wichtige Infos zur rückläufigen Venus findet ihr in meinem Livestream-Video Liebe und Karma. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen.